Untertitelung im Auftrag des ZDF Mein Kollege, der Carsten Zäuber, beim russischen Botschafter und hat den mal ein paar spannende Sachen gefragt. Sie eröffnen heute hier die deutsch-russischen Festtage. Zum neunten Mal findet das statt. Jetzt sind diese Festtage noch umso wichtiger. Ja, Sie haben einen richtigen Ausdruck gefunden. Heute sind sie noch wichtiger. Und ich glaube, es wird für uns alle besser sein, wenn wir solche Veranstaltungen vermehren, noch mehr organisieren werden. Die Kultur ist das, was uns verbindet. Wir sind eigentlich mental, kulturell sehr verwandt, ich würde sagen. Und deswegen müssen wir das nutzen, um uns besser zu verstehen, damit wir die heutige Situation überwinden können. Nun ist ja die Sache mit der Ukraine, steht ja nun zwischen Deutschland und Russland. Sie sind der Botschafter, Sie können ja da nicht so viel tun, aber Sie tun Ihr Möglichstes, denke ich mal. Die Sache über die Ukraine, natürlich, das ist die Ukraine-Krise, das, was heute die politische Wetterlage natürlich dramatisch verändert hat. Und wir müssen alles machen, um diese Krise beizulegen. Wirtschaftlich ist ja Russland auch ein wichtiger Partner. Das merken wir vor allen Dingen im Winter, wenn das Gas unsere Wohnung heizt. Gazprom ist ja hier auch heute da und präsent. Die Sanktionen, die haben ja beide Seiten jetzt in dem letzten Jahr getroffen. Wie sieht es bei Ihnen in der Heimat aus? Welche Auswirkungen haben die Sanktionen von deutscher Seite bei Ihnen? Sicher, die Sanktionen haben unseren Handel stark getroffen. Besonders gelitten hat eigentlich der deutsche Export. Der ist zurückgegangen, sehr stark. Und die deutsche Wirtschaft, die bei uns auf dem russischen Markt agiert, fühlt sich nicht wohl. Und ich glaube, dass wir bei all dem alles Mögliche machen müssen, um diese Errungenschaften in den wirtschaftlichen Beziehungen nicht reduzieren zu lassen. Das ist wirklich das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Und bewusst das mit eigenen Händen jetzt zerstören, das ist kein richtiger Weg. Gerade heute in Anbetracht der aktuellen politischen Situation der Ukraine-Krise, den Konflikten zwischen EU und Russland, ist natürlich so ein Fest der Völkerverständigung ganz besonders wichtig. Und zu diesem Thema sprach auch Carsten Täuber mit Gesine Lötzsch, einer Bundestagsabgeordneten der Linken. Gesine Lötzsch, Sie sind heute hier auf den deutsch-russischen Festtagen. Wie wichtig ist Ihnen das und was bedeutet Ihnen das? Die deutsch-russischen Festtage finden ja seit vielen Jahren hier in Karlshorst statt. Das ist mein Wahlkreis. Aber wichtig ist gerade in den Fragen der international angespannten Situation, dass wir versuchen, die Menschen zusammenzubringen und auch ein Signal auszusenden, dass wir Frieden in dieser Welt wollen und auch friedliche Lösungen von Konflikten. Das ist meine Botschaft. Und konnten Sie schon ein bisschen ins Gespräch kommen heute deswegen? Ja, na selbstverständlich. Der Botschafter ist ja da und es sind ganz viele Menschen aus verschiedenen Ländern hier, die sowohl in Berlin leben, aber auch innerhalb der Bundesrepublik. Und viele machen sich Sorgen über die internationale Situation. Und deshalb ist es besonders wichtig, im Gespräch zu bleiben und nicht die Situation weiter zu eskalieren. All das hier wäre natürlich nicht möglich, ohne die vielen, vielen fleißigen Helfer im Hintergrund und Menschen, die das ganze Jahr über sich dafür einsetzen, dieses großartige Event auf die Beine zu stellen. Und zu diesem Thema sprach ich auch mit dem Vorsitzenden des Vereins der deutsch-russischen Festtage, Steffen Schwarz. Das Fest gibt es jetzt seit neun Jahren. Und können Sie sagen, wie hat sich das in diesen neun Jahren entwickelt? Gute Frage. Also ich würde sagen, vom anfänglich, wenn wir es mal an den Besucherzahlen festmachen, 50.000 Besucher an drei Tagen haben wir jetzt stabil 150.000 Besucher. Also es ist eigentlich das größte Fest seiner Art, also deutsch-russisches Kulturfest, was es hier in Berlin auf jeden Fall, wenn nicht sogar deutschlandweit gibt. Und vom Publikum her, würden Sie sagen, ist es ausgewogen oder mehr Russen, mehr Deutsche? Das wechselt glücklicherweise. Also es hängt mit unserem Programmangebot zusammen. Heute haben Sie, im Hintergrund geht es hier gerade los, da ist mehr für das deutschsprachige Publikum das ausgerichtet. Da werden Sie sicherlich auch im Publikum eher deutschsprachige Besucher finden. Und ab morgen ist es dann eher russisch. Also morgen der Höhepunkt ist die russische Rocknacht. Da wird dann also hier auf der Bühne russisch gesungen. Und dann sieht man hier eigentlich das, was man so in dem Buch von Herrn Kaminer, der Russen-Disco kennt, dann wird hier richtig die Post abgehen. Wir sind hier immer noch mit dem Herrn Schwarz, dem Vorsitzenden des Vereins der deutsch-russischen Kulturtage. Und da hätte ich mal eine Frage. Was ist denn das Anliegen dieser deutsch-russischen Festtage? Was bezwecken Sie damit? Ja, also das kann man relativ in drei Worte zusammenfassen. Das ist gemäß unserer Leitidee Begegnung zweier Nationen. Also der Verein, der gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen zusammenzubringen, die Leute in den Dialog zu bringen. Und das soll hier mit Hilfe der Festtage erreicht werden. Also sprich, wir haben eigentlich hier das Bestreben, Infotainment den Besuchern anzubieten, die Leute kommen, weil sie natürlich Kultur erwarten, bekommen aber in Wirklichkeit, wenn man die Stände mal lang schlendert, sieht man das, bekommen sie also auch Informationen, wo kann ich zum Beispiel Russisch lernen, welche russischen Vereine gibt es hier in Berlin oder auch in Brandenburg. Und das ist so, diese allgemeine Information drumherum zu geben, das ist das Anliegen, was wir hier mit den Festtagen verfolgen. Vielleicht dann eben kurz am Rande, weil dieses Zusammenbringen der Menschen ist ja glaube ich gerade heutzutage wieder besonders wichtig. Sind Sie davon auch betroffen, von den Ereignissen? Merken Sie da was, so in Ihrer Arbeit oder beim Publikum? Ja, natürlich merken wir das. Also die Ukraine-Krise bleibt auch bei uns oder ist bei uns nicht spurlos vorübergegangen. Ich muss allerdings sagen, erstaunlicherweise haben wir auch sehr viel positives Feedback bekommen, gerade was die Festtage selbst angeht. Das heißt also, die Leute haben unsere Botschaft, glaube ich, wahrgenommen und auch verstanden und unterstützen uns auch. Also sprich, diese Idee, viele kleine Brücken zwischen den Menschen zu bauen und zwar unmittelbar zwischen den Menschen, ohne unbedingt die Politiker dabei zu haben, das kommt sehr gut an und das ist genau das, worauf es uns auch ankommt. Das war es von den deutsch-russischen Festtagen hier auf der Trabrennbahn Karlshorst. Heute waren wir bei der Eröffnung und das Ganze geht noch bis zum Sonntag, dem 14. Juni. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß, haben Spannendes entdeckt und viele interessante Gesprächspartner getroffen. Wir können euch alle nur herzlich einladen, die ganze Veranstaltung ist kostenlos und wenn ihr noch nichts vorhabt, auf nach Karlshorst auf die Trabrennbahn und viel Spaß. Also gut, funktioniert alles, das ist ein schönes Zeichen. Früher war das immer so, dass die Scheinwerke immer so machen. Und seitdem es in die Idee-Technik geht, brauchen wir wieder das Natürliche in die Sonne. Also ich denke, nächstes Jahr... Ich denke, nächstes Jahr... Ich denke, nächstes Jahr...